Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur, vielleicht habt ihr das Problem, dass euer Kühlschrank regelmäßig vereist, weil die Türdichtung nicht mehr richtig schließt. Oftmals kommt es vor, wenn ihr ein Neugerät habt, habt die Türen umgebaut, dann kann es produktionsbedingt sein, dass sie auch nicht mehr richtig schließt. Dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Ihr nehmt euch einfach einen Föhn, macht die Türdichtung ein wenig warm und zieht sie etwas nach vorne, so wie ich es euch zeige. Ein bisschen warm machen, passt doch eure Finger dabei ein bisschen auf, der Föhn ist ja dann doch relativ heiß. Das müsst ihr natürlich an allen Stellen machen, wo nicht anständig geschlossen wird und wie ihr seht, schon stieß die Türdichtung anständig. Es kann sein, dass ihr den Versuch ein paar mal wiederholen müsst, ehe das alles passt, aber das ist die einfachste Möglichkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.